Wir sind angetreten, um den Titel zu verteidigen. Jetzt sind wir Back-to-Back-Gewinner, sind natürlich riesenglücklich. War vielleicht für die Zuschauer nicht das Superspiel anzusehen, aber es war unglaublich spannend. Hochklassige Defense zumindest und ja, sehr glücklich. Das ist der Meistertitel des Jahres. Ich bin glücklich für die Kinder. Ich meine, sie haben sehr hart gearbeitet diese Saison. Und sie haben das, was sie verdient haben. Ich meine, wir präsentieren ihnen, dass sie jeden Tag hart präsentieren. Es war ein hartes Spiel, also ein sehr starker Gegner. Ich denke, es war lange Zeit offen. Wir hätten nur einen Schritt weiter hochschalten müssen. Dann hätten wir Chancen gehabt, quasi noch ins Spiel wieder reinzufinden. Am Anfang, ich sage mal, Pech oder Unvermögen bei den Field-Positions. Das heißt, wo wir oft gepinnt waren an der einen Endzone, haben wir die zwei Safestees bekommen. Und dann haben wir, ja, das war ein hartes Spiel. Ja, für eine Entscheidung von uns. Vor kurz vor der Halbzeit hätten wir abgehen müssen, statt den Run zu spielen. Dann haben wir einen Touch noch bekommen. Ja, und dann sind wir mit, was war das, 11-0? 11-0 in die Halbzeit gegangen. Das war dann schwer, dann da zurückzukommen. Ja, später dann Verletzungen im Field gehabt. Wir haben allein den Philipp Friedrich verloren, unseren AFL-Starter auf Tackle-Position. Hat wahrscheinlich den Mittlerhand gebrochen. Ja, es war dann schwer umzustellen. Ja, so ist es gelaufen. Unsere D-Liner, zwei zumindest davon, sind Kampfmannschaftsverfahren. Wobei der Achmed Achmed da eh ein Jack of all trades ist und in der Kampfmannschaft eigentlich fullback spielt. Wir sind ein bisschen dünn bei den Linern, vor allem nachdem sich der Daniel Feichter, Starting-Center von der Kampfmannschaft verletzt hat. Und der Sebastian Schreiner, der Starting-Defense-Tackle von der Kampfmannschaft ist, sich auch verletzt hat. Oder eigentlich die ganze Saison leicht verletzt war. Jetzt am Schluss gefehlt hat. Da haben dann andere Leute upsteppen müssen. Wir haben einen No-Tackle drin, der seit, ich traue es mir eigentlich gar nicht sagen, eineinhalb Monaten Football spielt. Jetzt beim Nationalteam-Kämpfer, weil er ein unglaubliches Talent ist, den wir einfach zufällig gefunden haben beim letzten Tryout. Wie gesagt, eigentlich darf man das gar nicht sagen, dass der da gestartet hat und durchspielt hat. Und eigentlich einige helle Plays gemacht hat. Aber es gibt einige wenige Naturtalente, die man da so zufällig bekommt. Und da sind wir sehr glücklich. Die Defense hat wirklich phänomenal gespielt. Wir haben viele Stops gehabt, eine Inception. Wirklich toll. Offense, wir haben uns wirklich schwer gehabt mit der Defense. Wir haben wirklich eine sehr starke Defense gehabt, haben immer wieder Druck gemacht. Haben uns in Gradovic damit sehr unter Druck gesetzt. Die Defense war toll. Wir hätten nur noch Offense mehr machen müssen. Es ist nicht mehr gegangen. Haben viele Teams in den letzten Jahren aufgehört mit den Junioren zu spielen. Raiders, Vikings haben angefangen. Voriges Jahr haben dann beschlossen die Rangers und auch die Knights aus der Division 1. Wollen das nicht mehr die Dragons werden, die heute ihr letztes Spiel in der Juniorenmeisterschaft gespielt haben. Ist das auch ein Weg, der für die Giants denkbar ist? Dass man sagt, man nimmt eigentlich die Junioren mehr in der Kampfmannschaft oder in der Zweiermannschaft ran, als eine eigene Meisterschaft dann noch im Herbst zu spielen? Naja, es ist sicher, wir denken auch seit letztem Jahr darüber nach. Auf der anderen Seite darf man ja ganz vergessen, dass auch wir eigentlich sehr viele solchen Jahre hatten. Und mit den Junioren eigentlich erst die letzten zwei Jahre so richtig stark geworden sind. Und uns natürlich auch über diese Titel auch sehr freuen. Es ist ja auf der anderen Seite mittlerweile so, dass ein Großteil dieser Mannschaft bereits in der Kampfmannschaft ist. Aber das war immer eine Umbruchphase, mit der wir auch erst umgehen haben müssen, dass die Mannschaft so jung geworden ist. Das ist in den letzten zwei Jahren passiert. In der Kampfmannschaft haben sehr viele arrivierte Spieler aufgehört. Sehr viele Junge sind nachgerückt. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das eben nicht der Fall. Dass die Leistung auch jetzt bei den Junioren in den letzten Jahren bei uns so gestiegen ist. Ja, das sind alles Punkte, die man bedenken muss. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken und sind am Überlegen, wie wir das weiter angehen werden. Ich habe vor dem Spiel kurz mit den Dragons geredet. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon oder ich hätte nicht gedacht, dass das schon so eine hundertprozentige Entscheidung ist, dass sie aus der Juniorenmeisterschaft aussteigen. Also Teile des Coachingstaffs haben das noch nicht so hundertprozentig als sicher empfunden gehabt. Und ja, wird natürlich unsere Entscheidung auch beeinflussen. Ich meine, in Wirklichkeit muss man ja sagen, haben wir keine Gegner gehabt heuer, außer die Dragons. Es war jedes Spiel ein Shootout. Und das Spiel war ja heute von den Yards her auch ein bisschen deutlicher, als der Scoreschluss endlich gezeigt hat. Ja, es ist ein Weg, den man überdenken muss. Ich habe auch vor dem Spiel von einem anderen Nachwuchsleiter ein anderes Modell vorgeschlagen bekommen, dass man sich vielleicht auch überlegen muss oder überlegen kann. Und dann wird man schauen, wo da bei uns der Juniorenweg hingeht. Blick in die Zukunft, wie schaut das aus bei euch? Spielt es nächstes Jahr mit diesen Leuten in der Division 3 mit? Wird es noch eine Juniorenmannschaft in der Nachwuchsmeisterschaft geben? Nein, die wird es nächstes Jahr hundertprozentig nicht geben. Also wir haben uns entschieden, wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und... Das ist mal dein Handy? Das war das Handy? Okay. Ja, nächstes Jahr werden wir nur Division 3 spielen und AFL spielen. Gedacht ist, dass es quasi ein Mischkader wird von AFL-Spielern, die eher Backup sind, die auch unten in der Division 3 mitspielen werden. Das ist eher geplant. Und die Junioren langsam aufbauen, dass sie auch in der Division 3 spielen können, die Jüngeren. Fazit von der Saison. Ich sage einmal, im Grunddurchgang mit den Invaders und den Wolves, nicht wirklich gewusst, wo man steht. Bei den Giants weiß man jetzt schon, aber man hat gewusst, das ist ein gutes Team. War man jetzt, sage ich jetzt nicht allzu weit weg, doch einen Schritt nach vorne gemacht worden bei den Junioren, oder? Ja, ich glaube schon, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, weil generell ist die Mannschaft stärker geworden. Also, athletisch sind wir uns einiges verbessert. Wir haben das Frühjahr auf Athletik gesetzt und da sind wir auf jeden Fall stärker rausgegangen als letztes Jahr aus der Vorbereitung. Es hat uns gefehlt, dass wir in der Saison stärkere Gegner gehabt haben. Das heißt, wir haben immer diese hohen Ergebnisse gespielt, haben nicht wirklich gewusst, wo stehen wir jetzt. Sind wir jetzt schon nahe dran an den Giants wieder oder ist es doch vielleicht wieder ein 35-0, was auch immer, was das letztes Jahr war. Und wir waren dann überrascht eigentlich im ersten Viertel, dass wir eigentlich mithalten konnten. Also wir haben den Ball bewegt ein bisschen, tief ins Kalten, was letztes Jahr nicht gelungen ist. Also ich glaube, wir haben wieder aufgeschlossen. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung da gewesen. Sind sich da auch im Coaching-Staff zwei ehemalige Nationalteam-Spieler gegenübergestanden, unter anderem mehrere Nationalteam-Spieler? Also du zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, Herr Schreiner, bissig im Backfield und dann der Herr Weroster bissig als Linebacker. Herr Weroster, hast du einen Ausschluss gebracht, warum du nicht? Naja, ich glaube, das war immer schon im Herrn Weroster sein Spiel, dass er ein paar Ausschlüsse forciert hat und hat viele Plays für seine Mannschaften gemacht, sehr viele Plays für die gegnerischen Mannschaften durch viele dumme Straufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da heute der Fall war, aber es war sicher zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt. Das muss man natürlich dazu sagen, weil da hat die Feldposition, war zu dem Zeitpunkt nicht die Beste für uns. Die Strafe hat uns da durchaus aufgerichtet. Herzliches Danke. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Karriereausschlüsse gehabt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen gehabt. Es war nie so mein Spiel. Ok, dann Gratulation nochmal zu dem heutigen Titel, zum Back-to-Back-Meisterschaft und alles Gute für 2013. Der Coach Johansson geht jetzt ab in die USA oder wird er durchgehend da bleiben? Nein, er wird jetzt seinen Weihnachtsurlaub antreten und dann nach Weihnachten wiederkommen. Das heißt, das Modell Ganzjahrescoach ist auch in Graz Realität geworden? Fast, sagen wir mal so. Er hat eineinhalb Monate jetzt, wo er nicht da ist, aber im Großen und Ganzen war das natürlich seit vielen Jahren auch ein Wunsch und Zielsetzung, dass wir das schaffen. Das ist uns jetzt das erste Jahr gelungen. Er hat natürlich alle Nachwuchs-Units gecoacht, wenn man es auch vielleicht in der U14 oder bei den Schülern und bei der Jugend noch nicht in Ergebnissen sieht. Aber die Units sind sehr, sehr viel weitergekommen. Auch die Coaches profitieren natürlich ungemein von ihm, ganz abgesehen davon, dass er natürlich auch das Kampfmannschafts-Off-Season-Practice macht. Und ja, das ist absolut der einzig richtige Weg.